Hallo und herzlich willkommen zu dieser Serie über den Surge Synthesizer. In dieser Folge geht es um die Szenen, die Oszillatoren und die Mixer. Also es geht so langsam ins Eingemachte. Legen wir doch einfach mal los. So, wie ich eben gesagt habe, geht es in dieser Folge um den linken oberen Bereich, da wo ich jetzt gerade mit der Maus entlangfahre, bis hier runter die Einstellung zu den Oszillatoren, dann hier rüber zu dem Mixer, weiter hoch Portamento Pitch, die Szenen Pitch, dann hier OSC Drift Noise, hier die Einstellung zum Play Mode, Pitch Band und natürlich auch nochmal hier oben entlang. Also alles, was mit der Sounderzeugung, Soundladen, Soundeingabe zu tun hat. Gehen wir doch einfach erst mal, gehen wir einfach von links nach rechts oder von links oder der logischen Reihenfolge nach. So, der Surge Synthesizer hat generell Szenen und die Szenen sind im Prinzip zwei Synthesizer. Einmal die Szene A und einmal die Szene B. Die jeweiligen Szenen A und B haben jeweils drei Oszillatoren, hier, den man hier sehen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei Oszillator bei der Szene 1 was einstelle, sowas zum Beispiel, und ich schalte oben auf B, sehe ich, okay, ich habe hier einen anderen Oszillator. So, diese Szenen kann man zusammenschalten oder parallel schalten oder wie auch immer oder einzeln schalten und das Ganze macht man hier mit diesem Mode hier auf der rechten Seite. Der steht standardmäßig auf Single, das heißt, wenn Single aktiviert ist, höre ich entweder nur Szene A mit seinen drei Oszillatoren oder Szene B mit seinen drei Oszillatoren, je nachdem, was ich hier ausgewählt habe. Gehe ich hier beim Modus auf den Scene Split oder Key Split, dann kann ich auf der Tastatur sagen, wo, bis wohin geht Szene A von meiner Tastatur, also von links aus gesehen, und ab wann fängt Szene B, der Sound von Szene B, auf der rechten Seite an. Das heißt, ich kann meine Tastatur in zwei Bereiche aufteilen, kann mit der linken Hand Szene A spielen und mit der rechten Hand Szene B oder wenn ich die Hände überkreuze, natürlich andersrum. Dann gibt es hier noch den Channel Split und mit dem Channel Split kann ich zum Beispiel sagen, alles, was unterhalb, jetzt hier standardmäßig Kanal 8, das sind die MIDI-Kanäle, alles, was unterhalb des Kanals 8 ist, wird auf die Szene A mit seinen Oszillatoren geleitet und alles, was über dem Kanal 8 ist, wird auf die Szene B mit all seinen Oszillatoren geleitet. Und dann gibt es noch den Dual und der Dual heißt einfach nur, ich schalte die Oszillatoren der Szene A und B zusammen, habe dann insgesamt sechs Oszillatoren. Bei Poly kann ich dann zum Beispiel auch nochmal sagen, wie viele Stimmen der Oszillator hat, da kann ich bis zu 64 Stimmen hoch und standardmäßig ist er auf 16 und ich sehe hier dann auch immer wie viel da gleichzeitig spielen. Wenn ich eine Taste drücke, wird im Moment zwei angezeigt, weil ich hier auf Dual bin, das heißt bei A und B spielt jeweils eine Stimme, also zwei Stimmen. Wenn ich auf Single gehe, wird hier nur eine Eins angezeigt. So, und mit den Szenen A und B gibt es jetzt noch zusätzlich eine Option, nämlich hier dieser Mixer auf der rechten Seite hier und pro Szene kann ich hier einschalten. Hier unten sieht man schön OSC, also Oszillator 1, 2, 3. Das sind diese drei Oszillatoren, die ich auswählen kann. Standardmäßig ist der erste immer aktiviert, das heißt den höre ich und wenn ich hier Mute anschalte, höre ich jetzt drei Oszillatoren von der Szene A, weil ich hier auf Single-Modus bin. Zusätzlich habe ich hier noch eine Ringmodulation und die Ringmodulation in diesem Fall multipliziert entweder hier den ersten Oszillator mit dem zweiten oder den zweiten mit dem dritten. Das sind diese zwei zusätzlichen Kanäle, die sind auch standardmäßig auf Mute, also stumm geschaltet. S ist Solo und hier unten habe ich noch einen Penning-Schalter, wo ich nach rechts oder links ziehen kann und hier natürlich den Volume-Schalter. Zusätzlich zur Szene habe ich dann noch einen Noise-Generator mit dabei. Wenn ich das jetzt hier alles mal auf Stumm schalte, auf Mute und nur den Noise drin habe, kann ich hier einfach Noise hinzufügen. Oder halt zusammen mit dem Oszillator kann ich Noise in verschiedenen Abstufungen mit dazu packen. Und den kann ich natürlich auch links-rechts oder mittig reinpacken. So, und dann kann ich die ganze Szene hier noch mit einem Gain verstärken oder abschwächen. Mit einem Doppelklick kriege ich die Parameter immer wieder in die Ausgangsposition. So, wenn wir jetzt eins nach oben gehen, dann gibt es hier noch die Option Portamento und Pitch. So, und Pitch ist fast selbsterklärend. Hier wird, wenn man draufklickt und rumschiebt, sieht man gleich, okay, wird um Semiton verschoben und wenn man die Taste drückt, dann hört man das gleich. Doppelklick geht wieder in die Mitte und bei Portamento ist das so, wenn ich hier den hochschiebe. Dann gleitet der Ton immer so ein bisschen. Und so, und jetzt kommt eine Sache, die ist bei dem Search sehr, sehr wichtig. Das ist wie in Bitwig der Inspektor, den man nie aus den Augen lassen sollte, beziehungsweise auch immer anlassen sollte, weil hier immer ein Haufen Informationen stehen, ist es bei Search, nämlich die rechte Maustaste. Wenn ich hier jetzt die rechte Maustaste klicke, dann bekomme ich zu Portamento entweder einen Link auf das Handbuch. Ich kann hier den Wert direkt eingeben. Ich kann Portamento zu dem Tempo synchronisieren, der in meiner DAW eingestellt ist. Ich kann hier eine konstante Rate, ein Glissanto und ein Retrigger at Scale Decrease eingeben. Ich kann eine logarithmische Kurve, eine lineare, eine Exponentialkurve eingeben, die der Ton an, hoch oder runter gleitet. Concentrate. Oder ein Glissanto geht bei den einzelnen Skalenwerten immer Halbtöne hoch, glaube ich. Und je weiter rechte ich den Regler ziehe, desto langsamer geht das. Das heißt, wenn man mal eine Option sucht und die nicht findet, einfach mal hier einen Rechtsklick machen und dann sieht man schon, was man hier alles anklicken kann, beziehungsweise wo man unter Umständen noch weitere Optionen findet. Man kann hier auch Assigned to Parameter machen zu den einzelnen MIDI-Control Changes. Kann man den auch noch hinzu an irgendwelche Knöpfe packen. MIDI-Learn-Parameter, dann klickt man drauf und dreht an einem Knöpfchen und dann hat man das an den Knopf rangemacht. Man kann die Modulation hier quasi ranziehen, dann kommen wir in einer anderen Folge noch dazu. Map to Control or Key, Add Automation Lane, das kennen wir auch schon. oder Set to Default, Failure also zur Standardeinstellung zurückstellen und dann ist der wieder auf ganz normal. Das ist hier bei dem Portamento. Das heißt, immer mal wieder einen Rechtsklick auf so einen Schalter machen und einfach mal gucken, gibt es hier noch zusätzliche Optionen. Hier oben bei Szene haben wir dann auch nochmal einen Oktavenpitch für die gesamte Szene. Das betrifft dann alle Oszillatoren hier. Das heißt, die ganze Szene wird eine Oktave höher oder runter oder mehrere Oktaven höher oder runter gepackt. Und dann gibt es hier oben einen Noise-Color und einen OSC-Drift, also einen Oszillator-Drift. Oszillator-Drift ist im Prinzip vielleicht so etwas wie bei den alten Synthesizern, die vielleicht noch mit Röhren gespielt haben, die jetzt nicht so präzise waren. Aus den 80ern kennt man das ja auch schön, diese Synthesizer, die so im Ton hoch und runter gehen, die irgendwie nicht gestimmt wirken. Wenn ich das jetzt hier so spiele und der Oszillator trifft, ist es auf 0% und jetzt ziehe ich den einfach mal hoch auf 100. Leider hört man den Effekt jetzt merkwürdigerweise nicht. Also ein bisschen hört man ihn. Vielleicht ein bisschen. Wenn man ganz genau hinhört, hört man das. Und die Noise-Color ist im Prinzip nichts anderes als das hier zwischen verschiedenen Rauschformen, weißes Rauschen, rosa Rauschen. Ich müsste jetzt die verschiedenen Rauschfarben nochmal genau durchgehen, welche das ist. Das steht auch nochmal im Handbuch da. Und warum man hier jetzt nicht so wahnsinnig viel gehört hat, wundert mich jetzt so ein bisschen. Das könnte jetzt aber vielleicht auch an dem Oszillator liegen. Ich gehe mal auf den Standard. Da hört man es so ein bisschen. Die klingen alle so, als würden die so ein bisschen leicht verstimmt sein und so hin und her schwanken. Als würden die Röhren langsam warm werden. So, und darüber gibt es hier noch den Band-Depth, also die Band-Tiefe. Und zwar ist es dieses Pitch-Band-Rädchen, was an vielen MIDI-Controllern, meistens auf der linken Seite dran ist, oder so ein Joystick. Und wenn ich einen Ton drücke, kann ich da, wenn ich das hoch und runter bewege, den Ton so portamento-mäßig hoch und runter ziehen. Und das kann ich natürlich auch bis zu 24 Stufen machen. Das heißt, wenn ich den Riegler jetzt drehe, kann ich hier bis zu extreme Werte hin machen. Doppelklick und alles ist wieder auf normal. So, Play-Mode ist hier noch wichtig. Play-Mode ist standardmäßig auf Polyphon eingestellt. Hier oben habe ich ja noch mal zur Erinnerung 16 Stimmen, standardmäßig, die ich auch noch erweitern kann. Und rechtsklick mal wieder drauf. Da bekomme ich hier so ein ähnliches Menü. Poly, Mono, Mono Single Trigger, Mono Finger Portamento, Mono Single Trigger und Finger Portamento und Letch. So, gehen wir da vielleicht mal so ein bisschen durch. Also Polyphon heißt, ich kann einfach, hier oben eingestellt, 16 Tasten gleichzeitig drücken und bekomme dann 16 Stimmen. Wenn ich jetzt auf Mono gehe, kann ich immer nur, also auch wenn ich mehrere Tasten drücke, ich bekomme immer nur einen Ton. Also ich drücke gerade drei Tasten, aber man hört halt nur einen Ton. So, jetzt gibt es diese unterschiedlichen Mono St, Mono FP, Mono St und FP. Aber wie ich vorhin gesagt habe, rechtsklick auf Mono und dann kommt nicht nur dieses Menü, wo ich das hier noch mal sehe, sondern hier auch noch mal eine Auswahl für den Mono Modus. Und zwar kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte, wenn ich auf Mono gestellt habe, immer die zuletzt gedrückte Note hören oder die höchste Note, die gespielt wird, möchte ich hören oder die niedrigste Note oder Legacy Note Priority ist, glaube ich, die in der zuletzt gespielten Reihenfolge, wenn ich da nicht alles täusche. Genau, in der zuletzt gespielten Reihenfolge. Das heißt, die zuletzt gespielte Note wird dann hier auch genommen. Und dann kann ich natürlich noch Sustain Paddle in Mono Mode einstellen, das Verhalten ändern und so die üblichen Geschichten, die man hier auch noch machen kann. Das heißt, im Mono Mode kann ich hier tatsächlich noch zusätzliche Optionen einstellen und habe dann zusätzlich noch diese weiteren Mono Modi. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel den Mono St einstelle, ändert sich erst mal so nichts. Der heißt ja Single Trigger Modus. Und Single Trigger Modus bedeutet einfach nur, dass die Envelope Generatoren hier, Filter und Amplitude Envelope Generator, glaube ich, zusammen angestoßen werden, wenn ich einen neuen Ton spiele. Ich mache hier mal einen zweiten Oszillator dazu und den packe ich jetzt einfach mal eine Oktave hoch und vielleicht noch einen dritten und den packe ich eine Oktave runter. Dann habe ich diesen Sound. Das heißt, bei normalem Mono habe ich nicht unbedingt, dass die Oszillatoren alle zur gleichen Zeit wieder starten. Und das kann so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal, den Sound so ein bisschen verwaschen machen, was ja total schön sein kann, weil er dann sanfter wirkt. Aber es kann ja sein, dass ich so einen ziemlich knalligen Anschlag brauche. Dann will ich auf jeden Fall diesen Single Trigger Modus haben, der mir dann so richtig schön reinballert, wo ich die Attack ganz runter schieben kann und der kommt dann auf Einschlag rein. Dann gibt es hier das Mono FP, das Fingered Portamento. Und jetzt kommen wir wieder in den Bereich von Portamento hier. Den haben wir auf, mal rechts klick, den haben wir auf Linearkurve und auf Standard Portamento. Dann machen wir jetzt ein bisschen extrem hier. So, beim Mono haben wir ja gesehen, ich drücke eine Taste, drücke die nächste Taste und dann fängt der an, nach oben zu gehen. Also egal, ob ich das jetzt direkt aneinander spiele oder kurz die Finger hebe und dann die nächste Taste spiele, der läuft immer von einer Seite zur nächsten, also hoch oder runter. Bei dem FP, also bei dem Fingered Portamento, ist es so, ich drücke eine Taste, habe Pause dazwischen und ich habe kein Portamento. Und wenn ich jetzt Legato spiele, also das heißt, während ich die eine Taste noch gedrückt halte, drücke ich schon die nächste und lasse dann die erste los. Dann läuft das los. Das heißt, ich kann mit meiner Spielweise entscheiden, ob ich diesen Portamento-Verlauf haben möchte oder nicht. Und dann gibt es noch die Kombination mit diesem Single Trigger, also wo die Envelope Generatoren gleichzeitig wieder gestartet werden von anderen Oszillatoren plus dann mein Fingered Portamento und kann dann, wie gesagt, das Ganze miteinander kombinieren. Und dann gibt es noch den Ledge-Modus und der Ledge-Modus ist einfach nur erhält die Note. Das heißt, ich kann dann einfach eine Note spielen, das ist unabhängig vom Portamento oder was auch immer ich eingestellt habe. Und kann stundenlang eine Note spielen lassen, ohne dass ich die Tasten jemals nochmal berühre. Jetzt sind wir hier einmal so komplett rumgegangen. Jetzt will ich hier oben nochmal auf den Patch-Browser, auf den Preset-Browser gehen. Der hat hier so dieses Display und innerhalb dieses Display steht hier ganz groß der Name des Patchers. Hier steht jetzt Init-EMO. Das ist so das Standard-Init-Programm, mit dem der Search geladen wird. Dann habe ich hier noch die Anzeige, in welcher Kategorie ich mich gerade befinde, nämlich in Templates. Und auf der rechten Seite steht nochmal, von wem das ganze Template ist. Darunter habe ich dann noch Funktionen, rechts, links in der Kategorie höher oder tiefer zu gehen oder innerhalb der Kategorie in den Patch, also in den Preset, rechts oder links zu gehen. Und hier kann ich, wenn ich Veränderungen gemacht habe oder eigene Sounds kreiert habe, kann ich das auch noch speichern. Wenn ich einen Rechtsklick hier auf das Browser-Display mache, dann bekomme ich den Inhalt der aktuellen Kategorie angezeigt und kann das hier direkt reinladen. Ich kann hier auch einen Patch, also einen Preset von einer anderen Datei reinladen. Ich kann diese Preset oder Patch-Liste kann ich hier aktualisieren. Ich kann in ein anderes, in ein anderes Verzeichnis Patches laden, Factory Patches Folder oder Drittparty Patches laden oder die Verzeichnisse eröffnen. Oder ich kann mir im Handbuch was über den Patch-Browser durchlesen. So, wenn ich hier einen Linksklick mache, bekomme ich hier die Übersicht aller Kategorien der Patches oder Presets. So, und dann kann ich hier schön durchgehen, kann ich hier bei Busses gucken, was gibt es in der Kategorie Busses für einzelne Patches oder Presets oder in den Chords, in den FX. Hier unten sehe ich meinen Template-Kategorie, wo ich auch das Int-Emo geladen habe. Und hier gibt es dann die Third-Party, also beigesteuerte Patches von Künstlern, Sound-Designern und, und, und. Und das geht relativ weit runter. Und hier sind auch nochmal User-Patches. Da habe ich zum Beispiel schon mal irgendwie was rumprobiert und rumgemacht. Und hier ist zum Beispiel auch Roger Lin mit MPE. Der hat etliche Patches gemacht, die MPE-fähig sind. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich rechts neben diesem ganzen Patch-Browser, Preset-Browser, gibt es noch den Status hier. Bei dem Status steht MPE. Das heißt, wenn ich ein Patch habe, das MPE kann, dann muss ich auch MPE einstellen. Ich kann hier mit dem Rechtsklick Enable MPE oder Disable MPE. Dann kann ich hier noch die MPE Pitch Band Range ändern. Die ist standardmäßig auf 24 Semitones. Manche Instrumente, manche MIDI-Instrumente brauchen da mehr oder weniger. Und ich kann auch sagen, ich habe sowieso immer noch das eine MPE-Gerät am Start. Ich wechsle mein Standard-Pitch Band Rate Range von 24 Semitoren zu dem, was ich aktuell eingestellt habe. Und dann gibt es noch das MPE Pitch Band Smoothing. Das muss man halt entsprechend seinem MIDI-MPE-Controller anpassen, wenn man das denn muss. Dann gibt es hier den Parameter Tune. Und bei Tune, da brauche ich nur einen Linksklick machen, dann kommt schon dieses Fenster. Beim Rechtsklick kommt das Fenster vermutlich auch, genau. Und jetzt kann ich hier von dem Programm Scale oder Scala kann ich Dateien reinladen mit anderen Tonleitern zum Beispiel. Oder ein Keyboard-Mapping reinladen und verschiedene Geschichten machen. Alles rund um das Thema Tuning. Und weil es um Eingabe geht, darf natürlich Zoom nicht fehlen. Und das ist einfach nur die Größe des VSTs, wie es angezeigt wird, dass ich hier einstellen kann und auch abspeichern kann, was so meine Standardgröße ist, die ich ganz gerne hier hätte. So, dann sind wir hier mit diesem ganzen Teil erst mal fertig. Mit dieser ganzen Seite, mit dem Band-Dev, mit dem Play-Modi, Mono, Poly und die verschiedenen Modi mit den Pitch-Bands, mit dem Portamento und dem wichtigen Mixer. Und dann kommen wir hier zu den Oszillatoren noch mal. Und zwar gibt es, je nachdem, welche Szene man ausgewählt hat, hat man ja diese drei Oszillatoren. Und je nachdem, welchen man hier anklickt, wird halt der entsprechende ausgewählt. Unterhalb des Oszillator-Fensters, wo hier die Wellenform angezeigt wird, hat man hier noch mal das Key-Tracking. Das kann man ausschalten. Und wenn man das ausschaltet, ich muss jetzt vielleicht hier im Mixer mal die anderen beiden ausschalten. Wenn man das Key-Tracking ausschaltet, dann läuft der Oszillator immer nur auf einer Frequenz. Mach ich das wieder an, geht wieder das Key-Tracking los und man hört die einzelnen Töne dann auch. Mit dem Re-Trigger ähnliches Prinzip. Wenn ich das anhabe, werden dann die Envelope-Generatoren hier wieder bei jedem neuen Tasten Anschlag neu gestartet, was so ein bisschen knackigeren Sound auslöst. Hier unten drunter habe ich dann noch die Option, die entsprechende Oktave einzustellen. Für diesen einzelnen Oszillator. Für jeden Oszillator unterschiedlich. Und hier auf der rechten Seite habe ich dann die verschiedenen Oszillatoren-Typen. Da komme ich in einem gesonderten Video-Tutorial dazu. Aber hier gibt es eine ganze Menge und mit denen kann man auch eine ganze Menge machen. Es gibt hier zum Beispiel Classic-Sägezahn oder Rechtequelle und Modern-Sägezahn. Rechtequelle, Trierangel und Sinus zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel hier so ein Classic-Sägezahn und ein Modern-Sägezahn. Sieht dann so aus. Der ist viel symmetrischer gerade als der klassische. Und unterhalb der jeweiligen Wellenform, die ich hier ausgewählt habe, sehe ich dann die entsprechenden Einstellungen. Das heißt, ich kann hier nochmal den Pitch in Semitones verändern und bekomme für jeden Oszillator unter Umständen unterschiedliche Parameter, die ich hier einstellen kann. Hier ist Sorthof. Kann ich hier umkehren. Hier auf Null quasi. Oder den Puls ändern. So kriege ich quasi eine doppelte Sägezahn. Oder Richtung einem Dreieck gehen. Also ich habe hier etliche Möglichkeiten mit den Oszillatoren Veränderungen bei der Sounderzeugung zu erwirken. Ich habe hier auch so einen schönen Sync-Button. Und natürlich habe ich bei jedem Oszillator auch noch Unisons. Und Unisons-Voices sind ja zusätzliche Stimmen. Das heißt, ich habe bei einem Oszillator, den ich hier auch aktiv habe, ich habe beim Mixer nur einen an, habe ich standardmäßig eine Stimme an. Und jetzt kann ich diesen einen Oszillator erweitern bis auf 16 Stimmen. Also ein einzelner Oszillator. Und diese Stimmen sind etwas gegeneinander verstimmt. Das heißt, wenn ich die jetzt gar nicht verstimme, klingen die so gegenüber eine Stimme. Und jetzt kann ich die noch ein bisschen verstimmen. kann ich die einfach so ein bisschen fetter machen. Und dadurch, dass sie verstimmt werden, also einfach nur so, das hatte ich jetzt hier 16 verschiedene Voices und die waren insgesamt verstimmt mit irgendwie 7 Cents oder so, gibt es natürlich dann so Schwebungen. Und diese Schwebungen führen dazu, dass die unterschiedlich nicht abgespielt werden, sondern in den Frequenzen unterschiedlich sind. Und das erzeugt den Eindruck, als wäre es einfach weiter und mehr Stereo. Das war es schon jetzt zu den Szenen, zu den Modi, was man da alles einstellen kann, zu den Oszillatoren, dass man pro Szene drei Oszillatoren hat, die man jeweils einzeln dann wieder einstellen kann. Hier über den Mixer, den man hier noch mit dazu schalten kann, beziehungsweise die Ringmodulation noch mit dazu schalten kann und auch noch ein Neues mit dazu schalten kann, das Ganze verstärken oder leiser machen. Die ganze Portamento-Einstellung und wie gesagt, immer Rechtsklick machen und gucken, was gibt es hier vielleicht noch an zusätzlichen Optionen. Zum Beispiel gerade so Geschichten wie Tempo Sync, damit man das an die Geschwindigkeit des Songs anpassen kann, sodass auch das Portamento unter Umständen der Geschwindigkeit des Songs angepasst wird. Dann hier der Oszillator Drift, der so ein bisschen einen verstimmten Sound erzeugt, der ja sehr schön sein kann. Und dann haben wir hier oben noch die Play-Modi mit den Polyphonen, den verschiedenen Monophonen-Einstellungen, die auch Auswirkungen zusammen mit dem Portamento haben. Die Pitch-Band-Einstellung, der gesamten Patch- und Preset-Browser mit MPE, Tune und Zoom. Das war es auch schon. Und ja, ich hoffe, es ist euch ein bisschen mehr klarer geworden über den Search Synthesizer, über die Oszillatoren, über die Szenen, wie das alles zusammenspielt. Wenn es euch gefallen hat und ihr Ideen bekommen habt, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, lasst einen Daumen da, drückt die Abo-Glocke oder drückt den Abo-Knopf und drückt die Glocke oder beides oder eins von beidem, keine Ahnung. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.